Hallo und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge SlyRanger, dieses wunderbar lustige Spiel. Hier haben wir die Mails gefunden, die ich bekommen habe. Hi Bea, wie ist es ein ganzes Jahr lang zu schlafen? Hast du geträumt? Blablabla. Wer das lesen möchte, drückt jetzt hier auf Pause. So, ähm, die Was7C Corporation möchte sie auf der fernen, fernen Weite herzlich willkommen heißen. Willkommen! Äh, ja. Auf zu Ray, äh, wieder zurück zu Ranch. Und da sind unsere Bälle, äh, Bäde, Bade, äh, keine Ahnung, wie man das nennt. Wieso ist die Offline? Meine Güte. So, wir gehen uns wieder ein paar Slimeys fangen. Die hier sehen ja auch recht interessant aus, aber die fliegen. Was passiert, wenn ich die einsperre? Das möchte ich ungern herausfinden. Äh, jetzt habe ich das blaue Ding weggemacht, aber egal. Boah, die explodieren ja wieder. Boah, was war das denn? Boah, was war das denn? Boah, 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 boah. Oh, ne, äh, hier, bleibst du da. Juli, was war das denn? Wieso haben die sich so ekelhaft verwandelt? Ich denke, ich kann mit Tee eine Schockwelle machen. Oh, ich sollte vielleicht mal aufhören, das Zeug rauszuballern. Oh, die sind ja putzig. Au, du Arsch. Au, Mann, so ein Arschgeigner. Die waren ja putzig. Was passiert, wenn ich so ein Ding hier ins Wasser mache? Nein! Shit! Äh, geht das hier hinten eigentlich noch weiter? Ja. Lull, okay. Nee, die sehen mich schon so kacke. Ah, aber... Was ist das? Okay. Ein Riesenfiech davon. Ja gut, wir schaffen erstmal unseren Loot wieder zurück. Und dann schauen wir mal in eine andere Richtung. Hier gibt es noch ein bisschen Loot. Nice. Wir werden dann mal in diese Höhle dort gehen. Ähm, ja. Liegt hier irgendwo so ein Loot rum? Nein. Schade, hier liegt auch nichts rum. Ja gut. Ach, bei mir hüpfen die Schleim schon wieder aus der Bude raus. Ähm, hier. Euch lassen wir mal frei. So, ich hab gesagt, wir gehen in die Höhle. Also gehen wir in die Höhle. Oh, ich hab ja noch so ne schwarzen Dinger. Ja, jetzt fläst du mir das jetzt hier nicht alles durch. Wenn ich will spielen, Spaß haben. Und das Spiel gefällt mir. Ähm, ja. So, so, so. Dann geht es weiter. Und zwar ab in die Höhle. Hä? Oh, Lull. Geht das hier? Wir gehen erst mal hier lang, würde ich sagen. Boah, ich schaffst mir mein Ding doch nicht klar. Ähm. Hier, sowas will ich nicht haben. So ein Mietz-Mietz. Oh, Lull, wie viel Loot hier einfach mal rumliegt. Ich kann pro Einheit, äh, ich kann aber noch 20 Einheiten aufnehmen, obwohl ich noch 2 freie Slots hab. Das ist ein bisschen seltsam. Von wo bin ich denn gekommen? Äh. Hallo? Hallo? Von wo bin ich bitte schön gekommen? Ach, von hier. Haha, die Dinger fetzen einfach bloß. Ist das geil. So, das heißt hier, Mietzi, du kriegst jetzt auch ein Gehege. So, und ab hier an die Ecke den Loot einsammeln, würde ich sagen. Das kann man ja hier nicht einfach so liegen lassen. Äh, Hühnchen. Raus mit dir. Okay, ähm, hier gibt's kein Loot mehr. Dann holen wir uns jetzt noch ein paar Mietzis. Die bringen nämlich gut Geld. Oh Gott, da ist schon wieder so ein Stachelfieh. So, bevor wir in die Höhle gehen, natürlich, ich hab gesagt, ein Mietzi. Die waren ja hier hinten. Genau. 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 Ja, ich dachte, jetzt kann man filtern und man kriegt doch irgendwas Besonderes. Ja, gut. Und, ähm, wir schaffen unsere Mietzi-Dinger, unsere Mietzi-Slimes zurück. Wo komm ich hier unten lang? Oh, Lul, was ist denn das da hinten für ein... Äh. Was es hier für Wege einfach mal gibt? Sehr interessant. So, ihr könnt mich schon wohl lassen jetzt, ähm... Ähm... Wie die Slimes einfach sogar schon bei den Hühnern drin sind. Esst ihr das oder esst ihr das nicht? Scheint doch nicht so. Scheint doch nicht so. Ja, ja. T sudden, ich bin aber auch sehr gespannt. Ähm... So, hier haben wir wieder zwei so eine Dinger, vier, eins, Leute, wieso seid ihr draußen da? Seltsam, wieso die da immer rauskommen. Aber jetzt sind das gar nicht so viele. Ach, leck mich doch, ey. Das ist immer noch dieses komische Ding. Äh, wir gehen jetzt in die Höhle. Da wollten wir, oh, hier wollten wir ja sowieso hin. Nein, wir gehen wieder raus. Dann gucken wir uns einfach mal Mama Slime an. Wobei, darüber gehe ich schon in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zum nächsten Video einschaltet. Bis dahin bleibt entspannt, genießt den Tag und bye, bye. ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020